Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Fernanda und ich fahre fleißig shoppen, denn es gibt einen neuen Trend, nämlich der Sporty Look. Wer möchte es nicht bequem, leger und trotzdem sexy und elegant aussehen? Deswegen habe ich hier einige Sachen gekauft und ich zeige euch gleich, wie man diesen tollen Look am besten kombiniert und ihn so schön zur Geltung bringt. So, hier ist mein erster Look. Ich gehe mich jetzt umziehen. Bis gleich! So, hier könnt ihr wunderbar sehen, wie man diesen Look gut kombinieren kann für verschiedene Anlässe. Ich habe hier eine Hose gewählt, die sehr sportlich geschnitten ist, aber sie ist aus einem leichten, feinen und vor allem edlen Stoff. Das wertet den Look nochmal auf und dann kann man es wunderbar zu Perms kombinieren und dieser Look passt für die Schule, fürs Büro, abends, wenn man weggeht. Natürlich ist die bauchfreie Variante jetzt eher etwas für die Freizeit, so würde man nicht in die Schule oder ins Büro gehen, aber kleiner Tipp, man könnte wunderbar hier drunter ein weißes Tanktop anziehen, die große Statementkette, wie wir sie nennen, auf jeden Fall behalten, weil das ist ein Eyecatcher. Man sieht sofort elegant aus und bereit für den Tag, komme was mag. So, ihr Lieben, das war mein Sporty Look Nummer eins und jetzt dürft ihr gespannt sein auf meinen nächsten Look. Ihr seht, das Prinzip ist einfach. Auch hier habe ich eine Hose, die relativ sportlich geschnitten ist, aber auch sie hat einen hochwertigen Material und das lässt die Hose gleich schick wirken. Aber man kann das wunderbar kombinieren mit High Heels, aber auch mit Keilabsätzen, wenn man mal keine hohen Schuhe tragen kann oder möchte, weil die Füße doch so weh tun. Weiße Shirts, weiße Tops sind eigentlich Must Haves in euren Kleiderschrank, weil so eine große Statementkette kann man immer gut dazu kombinieren. Und wenn man dann einen Blazer drüber wirft, dieser hier hat sogar Pads auf den Ellenbogen. Das heißt, es gibt den Reiterlook wieder. Und die Statementkette kommt so zum Vorschein. Und das Gute daran ist, ich bin sau bequem eingekleidet und wäre nirgendwo underdressed. So, ihr Lieben, ihr wisst jetzt, wie es geht, wie man bequem, sexy und schick kombiniert und einfach nur geil auszieht. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Sporty Look und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.